Wer von euch kennt das nicht? Man nimmt sich was vor und dann kommt es doch anders. Ja, ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es glaube ich sogar angekündigt irgendwie, dass ich jetzt zack, zack noch durch die Sprüche gehe vor Weihnachten und gestern Abend in der Vorbereitung. Ja, hat Gott mich aber bei diesem einen Vers verweilen lassen. Sprüche 29, Vers 18. Und dort heißt es, Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Wörtlich steht da, wenn keine Vision da ist, ist das Volk sich selbst überlassen, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz oder die Weisung beachtet. Das schließt im Grunde an das an, was wir letzte Woche gelesen haben. In Vers 15 ist von dem sich selbst überlassenen Jungen die Rede. Und wie wichtig es ist, in unserer Aufgabe als Väter und Mütter, als Erwachsene, wie wichtig es ist, sich den Kindern zuzuwenden, sich Zeit zu nehmen, ihnen gute Lehre zu geben, gute Anleitungen, gute Wegweisungen, sie auch zu ermahnen und zurechtzuweisen, bis hin auch zu Strafen, die einen Rahmen haben und eine bestimmte Aufgabe. Aber wenn man ein Junge sich selbst überlässt, dann macht er seiner Mutter Schande, heißt es da. Und so ist es eigentlich übertragen auf das Volk, auf ein Volk, auf eine größere Menge von Menschen. Auch sie können sich selbst überlassen sein. Jesus hat das mal, oder von Jesus heißt es, im Matthäus Evangelium 9 heißt es, dass er die Menschen sah, das Volk Israel, und er sah die Menschen, dass sie wie Schafe waren, die keinen Hirten hatten. Umhergetrieben, allen Gefahren des Lebens ausgesetzt, dem Tod geweiht, dem Verderben geweiht, und es hat ihn im Innersten bewegt, das zu sehen. Und so sieht Gott auf diese Welt, er sieht die Menschen, wie sie sind, umhergetrieben, getrieben von der Sünde, von der Macht der Sünde, hierhin und dorthin, aber sie finden keinen Platz, wo Frieden ist. Sie finden nicht den Ort des Friedens mit Gott. Und das ist der Fall, wenn keine Vision, wenn keine Offenbarung da ist. Wenn sie nicht sehen, sie sind blind. Die Menschen sind blind, so sieht es Gott. Sie haben blinde Augen und laufen durch die Gegend blind und stoßen sich an jedem Pfeiler und an jedem Pfosten und stolpern über jedes Hindernis und stolpern so durch ihr Leben. Wissen nicht, wo es hingeht. Hierhin und dorthin. Sie sind blind, sie sehen nicht. Es braucht jemanden, der ihnen die Augen öffnet. Sie brauchen Vision, sie brauchen Augenlicht. Sie müssen sehen. Sie müssen sehen. Und dann heißt es hier aber wohl ihm, wohl dem Volk, wenn es das Gesetz beachtet. Und hier steht das Wort Tora. Und das ist das, was für Juden ganz klar ist. Die Tora, das ist Licht. So hat es David auch gesagt. Dein Wort ist ein Licht, eine Lampe auf meinem Weg. Gott gibt durch seine Weisung Licht denen, die im Dunkeln sind. Die im Dunkeln tappen. Gott offenbart sich selbst. Der verborgene Gott wird plötzlich sichtbar. Das, was wir vorhin gelesen, was Dirk vorhin gelesen hat. Wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Wie kann man das Unsichtbare sehen? Wie geht das? Es geht nicht. Ich sehe alle diese wunderbaren Luftmoleküle, die zwischen uns hier sind, nicht. Sie sind meinem Auge unsichtbar. Aber gut, dass sie da sind, weil da ist ja auch Sauerstoff drin. Und wenn ich das einatme, dann ziehe ich da eine Menge Kraft raus. Wenn das nicht wäre, würde ich sofort umfallen hier. Gut, dass sie da sind, die Luftmoleküle. Aber ich sehe sie nicht. Gott muss unsere Augen öffnen. Und er tut das. Wir sehen das in der Bibel, von vorne bis hinten, überall sehen wir, dass Menschen Visionen haben, dass Menschen die Augen geöffnet werden. Und es wird, wenn von Visionen die Rede ist, ist beides gemeint. Das eine, die innere Schau, das, was wir normalerweise mit Visionen verbinden. Etwas, was du siehst, ja, etwas ist, was eigentlich gar nicht da ist, aber es ist so etwas wie eine Schau. Wie gesagt, das Unsichtbare wird plötzlich sichtbar. Etwas Unsichtbares wird für dich sichtbar. Aber es geht auch immer wieder, wenn von diesem Wort die Rede ist, geht es auch um Dinge, die tatsächlich dann da sind. Und insofern gibt es da gar keine Trennung von Gott. Gott trennt hier nicht, grundsätzlich nicht, zwischen dem Natürlichen und dem Übernatürlichen. Wir trennen da immer. Das ist das Natürliche, das Naturwissenschaftlich Erforschbare. Und das ist das Übernatürliche, was irgendwie der naturwissenschaftlichen Forschung nicht zugänglich ist. Oder noch nicht zugänglich. Und wir trennen das immer. Aber bei Gott ist das nicht getrennt. Wenn Gott der Schöpfer von allem ist, dann ist er der Schöpfer des Sichtbaren und des Unsichtbaren. Des Natürlichen und des Übernatürlichen. Das ist bei Gott nicht getrennt. Und deswegen, wenn es um das Thema Vision geht, Offenbarung Gottes, dann offenbart Gott uns Dinge durch das Sichtbare und das Unsichtbare. Gott zeigt sich in der Schöpfung für uns erfassbar. Die Schöpfung ist wahrnehmbar. Du kannst das untersuchen. Du kannst dich dann intensiv mit befassen. Und Gott sagt, ja, dadurch, wenn Menschen darauf kommen, sie können eigentlich an dem Gemachten erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Oder wenn wir sehen, wie Gott zu den Propheten spricht, er sagt, geh mal hin zum Töpfer und guck dir mal an, was der da macht. Und dann geht Jeremia zum Töpfer hin und guckt sich an, was der Töpfer macht. Und dann öffnet Gott ihm die Augen und da wird es dann auch interessant. Visionen haben nicht immer nur was mit dem Sichtbaren zu tun, sondern auch mit dem Hörbaren. Es ist immer auch verbunden mit dem Wort Gottes, dass Gott etwas sagt dazu. Oft ist es damit verbunden. Manchmal sogar so, dass die Vision völlig in den Hintergrund tritt und nur noch das Wort Gottes eigentlich die Vision ausmacht. Das sehen wir zum Beispiel ganz am Anfang bei Abraham, 1. Mose 15. Da ist von einer Vision die Rede. Abraham hatte eine Vision. Hier steht, nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht oder in einer Vision kann man auch übersetzen. Das Wort Gottes geschah in einem Gesicht, in einer Vision. Was jetzt aber beschrieben wird, ist also nichts Sichtbares, nur das Wort, was ihm gesagt wurde. Nämlich, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, ich werde deinen Lohn sehr groß machen oder ich bin dein sehr großer Lohn. Zu der Zeit, als Abraham gelebt hat, waren die Menschen, wie gesagt, wie waren sich selbst überlassen. Gott hatte Noah gerufen und Noah ging mit Gott. Aber wenn wir die Geschichte nach der Flut lesen, dann sehen wir, die Menschen sind nicht weiter mit Gott gegangen, sondern jeder ging auf seinen eigenen Weg. Und das sagt ja auch der Spruch, der Spruch sagt einerseits, dass da einer ist, der Offenbarung gibt, jemand, der Vision gibt und auf der anderen Seite auch ein Volk, das sich dazu verhalten kann. Wohl dem Volk, dass das Gesetz, die Offenbarung Gottes bewahrt, also sich dem zuwendet, das beachtet, das sucht. Denn die Verheißung heißt nicht, wer nicht sucht, der wird finden, sondern wer sucht, der wird finden. Und trotzdem ist es auch so, dass Gott, weil er uns so liebt und seine Gnade so groß ist über uns Sünder, er in seiner Gnade zu Abraham spricht obwohl Abraham ihn wahrscheinlich nicht gesucht hat. Wir wissen nichts darüber, dass Abraham ein Gottessucher war. In Kapitel 12 fängt die Geschichte einfach so an, dass Gott zu Abraham spricht und ihn herausruft. Das, was aber geschieht, ist, dass Abraham auf dieses Wort reagiert. Er reagiert auf Gottes Zuspruch, auf seine Vision, auf seine Offenbarung und vertraut ihm, glaubt. Und das ist es, wo es zuallererst darum geht. Dieses Wort Gottes, die Offenbarung, die Vision, die Offenbarung Gottes, er offenbart sich zuallererst selbst. Darum geht es. Das Unsichtbare wird sichtbar. Der unsichtbare Gott wird plötzlich erfahrbar. Und dann fordert uns diese Vision, diese Offenbarung zum Gehorsam, zum Glauben, zum Vertrauen. Und auch hier in Kapitel 15, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild. Gott offenbart sich selber und sagt, hey, hier bin ich und ich bin für dich und du brauchst dich nicht zu fürchten. Hab keine Angst. Vision ist nicht erst mal Zukunftspläne. Wir verbinden das Wort Vision oft mit Zukunftsplänen. Hast du eine Vision für dein Leben? Hast du einen Zukunftsplan? Aber bei Vision Gott, wovon hier die Rede ist, geht es zuallererst darum, dass Gott das Unsichtbare sichtbar macht, dass er sich selbst offenbart und uns dadurch unserem Leben eine Grundlage gibt. Er gibt Abraham hier eine Grundlage, ein festes Fundament, auf dem er stehen, auf dem er leben kann, auf dem er gehen kann. Fürchte dich nicht bei all dem, was so ungewiss in deinem Leben ist. Fürchte dich nicht auch über das, was ich dir schon gesagt habe und wo du immer noch drauf wartest, dass das eintritt. Fürchte dich nicht im Warten darauf. Ich bin dir ein Schild. Ich bin dein Schutz. Vertraue mir. Ich bin bei dir. Und ich werde deinen Lohn sehr großer. Ich bin dein Belohner. Ja, ich selbst bin dein sehr großer Lohn. Das Leben lohnt sich. Ich lohne es dir. Das ist hier so eine der ersten Stellen, wovon Vision die Rede ist. Wenn wir Abrahams Leben betrachten, dann sehen wir, dass Gott sich ihm immer wieder offenbart hat, dass Gott immer wieder zu ihm gesprochen hat, dass Gott ihm immer wieder Licht gegeben hat auf seinem Weg. Aber es gab auch lange Phasen, wo das nicht der Fall war. Wir dürfen uns nicht darüber täuschen, wenn wir die die Bibel lesen und dann lesen wir ständig, dass Gott irgendwie zu Abraham sprach und Gott sprach zu Abraham und Gott sprach zu Abraham. Aber dann lesen wir, ja, dass er zu ihm sprach, als er 75 war. Was war davor? Dass er zu ihm sprach, als er 99 war. Was war dazwischen? Also, das ist nicht so, dass irgendwie Gott sich ständig und immer und immer wieder offenbart, sondern wir sehen hier im Alten Testament bei den Propheten, bei den Vätern und Müttern, dass es Ausnahmesituationen sind, wo Gott Licht schenkt, wo Gott hineinleuchtet und Vision gibt, sich offenbart. Aber das, was er macht, ist durch diese Offenbarung, durch die Vision, dass er diese Menschen, die sich selbst überlassen, er sammelt hier Abraham, Sarah, eine Familie und die, die daraus entstehen, er sammelt sie für sich, weil er einen großartigen Plan hat. Er hat tatsächlich einen Plan, eine Vision. Und ja, er offenbart diesen Plan seinem Volk immer und immer wieder, mehr und mehr. Und dann sehen wir, dass die Geschichte Israels weitergeht, die große Offenbarung des Gesetzes, der Tora, Joshua, der das Volk ins neue Land führt, dann aber die Zeit der Richter, wo jeder nach seinem eigenen Weg gegangen ist. Es gab in Israel kein König, heißt es am Ende des Richterbuches. Und jeder tat, was in seinen eigenen Augen richtig war. Und dann heißt es in 1. Samuel 3, dass zu der Zeit das Wort des Herrn selten war. Visionen gab es nicht häufig. Also es gibt diese Zeiten, wo Gott sich nicht offenbart. Warum offenbarte er sich in der Zeit nicht? Warum gab es so wenig Visionen? Warum gab es so wenig Offenbarungen? Warum war das Wort des Herrn selten geworden? Weil das Volk sich abgewandt hat. Ein Volk, das gesegnet worden ist mit Licht, mit der Tora, mit Weisheit, Lebensweisheit, mit Lebensrat. Gott hatte sich mit seinem Wesen, diesem Volk offenbart. Was hat dieses Volk aber gemacht? Es hat diese Offenbarung zur Seite gelegt. Hat sich nicht darum gekümmert. Wisst ihr, und dann ging es Gott so, wie Jesus in diesem Gleichnis sagt, die Perlen, die ich euch gegeben habe, die habt ihr zertreten wie die Säue. Ihr habt das Heilige, was ich euch gegeben habe, ihr habt es behandelt wie Hunde. Deswegen sagt Jesus, wirft das Heilige nicht den Hunden vor und wirft deine Perlen nicht vor die Säue. Aber so ist es Gott ergangen mit seinem Volk. Und was macht dann Gott? Er wird still. Er schreit nicht rum, er wird still. Und das sagt auch das Neue Testament, sagt, passt auf, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid. Wenn der Heilige Geist betrübt ist, was macht er? Er schweigt, er wird still. So sagt es auch der Prophet Micha. Micha Kapitel 3 Vers 5 So spricht der Herr über die Propheten. In der damaligen Zeit gab es viele Propheten, viele die gesagt haben, Wort des Herrn, Ausspruch des Herrn. Was sagt aber Micha über diese Propheten, was lässt Gott Micha über diese Propheten sagen? Das sind Propheten, die mein Volk in die irreführen. Wenn sie etwas zu beißen haben, rufen sie Frieden. Wer ihnen aber nichts ins Maul gibt, gegen den heiligen sie einen Krieg. Das heißt, es waren Berufspropheten, die davon gelebt haben, dass sie den Menschen Prophezeiungen gegeben haben. Wort Gottes weitergegeben haben, Offenbarungen kundgetan haben, Visionen kundgetan haben. Und wenn sie gut versorgt wurden, wenn sie anerkannt wurden, ich will das mal ein bisschen weiterfassen, wenn sie von den Menschen geachtet wurden, dann haben sie ihnen gute, liebe, nette, freundliche Sachen gesagt. Wenn sie aber von diesen Menschen nicht so behandelt wurden, wie sie sich das gewünscht haben, dann haben sie ihnen Unheil prophezeit und vorausgesagt. Was sagt Gott dazu? Das ist Irreführung des Volkes. Und er sagt, darum soll es Nacht werden für euch ohne Vision und Finsternis soll es für euch werden ohne Wahrsagung. Die Sonne wird über den Propheten untergehen und der Tag über ihnen schwarz werden und die Seher werden beschämt und die Wahrsager zu Schanden werden. Sie alle werden den Bart verhüllen, weil keine Antwort Gottes da ist. In all dem Äußerlichen, ja es ist irgendwie so ein Zeichen der Unehre, der Bart eines Menschen, ein Zeichen der Ehre und man muss den Bart verhüllen, das ist irgendwie ein Zeichen der Demütigung. Warum sind sie gedemütigt? Weil sie zwar ganz viel davon erzählen, dass sie Visionen haben, sie erzählen irgendwelche Visionen, aber in Wirklichkeit haben sie nichts. Und wenn sie gefragt werden, hat Gott ein Wort für mich von dir Prophet? Dann müssten sie ehrlicherweise sagen, nein. Und wenn sie dann vielleicht sagen, nee, habe ich noch nicht, ich gehe mal ins Gebet. Und sie gehen dann ins Gebet und Gott antwortet nicht. Es gab so eine ganz schlimme Situation im Leben von König Saul. Er hat das Wort Gottes gesucht, er hat gesagt, ich brauche ein Wort Gottes. Aber es gab kein Wort Gottes für ihn. Er ist zu Samuel gegangen und Samuel sagt, ich habe kein Wort Gottes für dich. Warum? Weil er sein Herz Gott gegenüber verschlossen hat. Er wollte seine Position vor den Menschen wahren, das Gesicht wahren. Komm noch mit mir und ehre mich vor dem Volk, sagt er zum Propheten Samuel. Aber Gott hat sich zurückgezogen von ihm und er hat kein Wort vom Herrn bekommen. Und Gott sagt hier den sogenannten Propheten, ihr werdet keine Antwort von Gott bekommen. Ihr werdet keine Vision bekommen, weil ihr falsche Propheten seid, weil ich euch nicht gesandt habe, weil ich euch nicht berufen habe, weil ich euch kein Wort gegeben habe und ihr dennoch in meinem Namen Lüge prophezeit, Lügen weiß sagt und damit Menschen in eine falsche Sicherheit wiegt. Das sind Dinge, die ihr nachlesen könnt in Jeremia 14 Vers 13 folgende Jeremia 23 und Hesekiel 13 wenn ihr das mal nachlesen wollt. Da ist viel auch über falsche Propheten gesagt, was diese Visionen und Träume, die diese Menschen weitergeben, was sie für Unheil anrichten. Gott wirft den falschen Propheten daran, ihr wiegt die Menschen in falsche Sicherheit. Das Gericht Gottes steht ihnen bevor und ihr sagt denen Friede. Friede sei mit euch. Gott hat Gutes für dich im Sinn. Und damit stärkt ihr die Übeltäter, die Gottlosen, sodass sie nicht von ihrer Sünde umkehren. Wisst ihr, wir sind nicht dazu berufen, Menschen Heils zu sagen, zu machen, wenn sie nicht bereit sind, von ihrer Sündhaftigkeit umzugehen. Wisst ihr, das Evangelium, wie es Jesus verkündigt hatte, wie heißt es am Anfang von Markus Evangelium, Jesus zog umher und verkündete das Evangelium und zwar sagt er folgendes, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Denn das Reich Gottes ist nahe. Wenn wir das erste weglassen, ist es ein falsches Evangelium. Und das sagen die Propheten auch. Das ist falsche Prophetie, das ist falsche Weissagung. Wenn wir denen, die in der Sünde leben und nicht vorhaben umzukehren, wenn wir ihnen sagen, du wirst gesegnet sein. Und dann wird den Propheten auch Folgendes vorgeworfen, Schwache werden ausgenutzt, bedrängt, geknechtet, entmutigt. Wisst ihr, falsche Propheten nutzen ihre Machtposition aus und bedrängen Menschen mit ihren Visionen. sie machen Gerechte verzagt. Was auch passiert ist, falsche Propheten Menschen an sich selbst binden, anstatt an Gott. Menschen werden gebunden an andere Menschen, an ihre Träume, an ihre Visionen. an ihre Offenbarungen. Gott möchte aber, dass wir gebunden sind an ihn. Und wie gesagt, sie suchen ihren eigenen Profit in dem Ganzen. Sie verdrehen die Worte Gottes, sie lassen die bereits geschehenen Offenbarungen Gottes zur Seite treten. die Aufgabe des Propheten war, und das sehen wir jetzt hier in Vers 8, wenn Micha seinen eigenen Auftrag und seine eigene Berufung beschreibt. Ich hingegen, ich bin mit Kraft erfüllt durch den Geist des Herrn und mit Recht und Stärke, um Jakob zu verkünden, sein Verbrechen und Israel seine Sünde. Eine der wesentlichsten Aufgaben der Propheten war, das Volk Gottes zur Umkehr zu rufen. Das waren keine neuen Offenbarungen, sondern das waren Offenbarungen dessen, was in den Herzen der Menschen und im Geheimen sie getrieben haben oder vielleicht sogar offenbar getrieben haben, um ihnen aufzuzeigen, dass ihr handeln. Jetzt sieht es noch so aus, als ob sie machen können, was sie wollen und es passiert nichts, aber sie haben ihnen deutlich gemacht, das Gericht Gottes kommt. Du kannst es noch nicht sehen, aber es wird kommen. Denke nicht, dass es nicht kommen wird. Das ist Vision, das ist Offenbarmachung dessen, was verborgen, jetzt noch verborgen ist. Und Gott tut das, um sein Volk wach zu rütteln und zur Umkehr zu bringen. Nur weil es dir jetzt so gut geht, heißt es nicht, dass alles in Ordnung mit dir ist. Und Micha zeigt auf, worauf es in dem Ganzen ankommt. Was ist die Quelle der echten, der wahren Prophetie, der wahren Offenbarung, der wahren Vision? Es ist der Geist Gottes. Die Quelle der falschen Prophetie, ich habe das hier aus Jeremia 14, Vers 14, das ist einmal einfacher Betrug. Also es gibt einfach auch eine Menge Betrüger unter den sogenannten Propheten. Damals wie heute. Menschen, die es gar nicht gut meinen, die es böse meinen, die selbstsüchtig sind, die Religion missbrauchen für ihre eigenen Zwecke und die alles, was sie tun, betrügerisch nur vorgeben. Es gibt Menschen, die es vielleicht gut meinen, aber die nicht den Mut haben, wie es hier heißt, die Kraft haben, genau das zu tun, was Gott hier sagt, nämlich das Wort weiterzugeben, egal ob es den Menschen passt oder nicht passt. Ob es eine schöne Botschaft ist, eine fröhliche, eine gute Botschaft oder eine heftige Botschaft. Und es gibt Menschen, die, weil das Wort Gottes selten geworden ist und die Vision mangelt, sie aber wissen, das Volk braucht doch Vision, sich anstrengen, selbst Visionen hervorzubringen. Aus der Einbildung ihres eigenen Herzens. Und dann gibt es noch den ganz schlimmen Fall, dass Propheten sich einlassen auf finstere Mächte. Und das können auch Leute sein, die nach außen hin als Propheten Gottes auftreten, als Propheten des Herrn. Paulus hat das gesagt. Wenn der Satan sich als Engel des Lichts verkleidet, dann ist es nicht verwunderlich, wenn seine Apostel sich auch als Apostel des Herrn darstellen. Gott sagt uns dazu, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Und das, was wirklich, was echt ist, was wahr ist, was von Gott kommt, das lässt sich prüfen. Anhand dessen, wie Gott sich schon offenbart hat, anhand der Vision, die er gegeben hat, er hat uns Licht gegeben. Und noch viel mehr, in Hebräer sagt er, in der alten Zeit hat Gott durch die Propheten gesprochen, in der letzten Zeit aber hat er sich offenbart, hat er gesprochen, durch den Sohn, durch seinen Sohn, in Jesus Christus. Und Jesus sagt, wenn ihr mich gesehen habt, dann habt ihr den Vater gesehen. So haben wir eine Reihe von Prüf Möglichkeiten zu prüfen. Es gibt noch mehr Möglichkeiten zu prüfen, was wahre und was falsche Prophetie und falsche Visionen und richtige Visionen sind. Aber ich will zu dem kommen, was hier gesagt wird. Gott möchte uns Licht geben. Er möchte uns Offenbarung geben, Vision geben. Er möchte uns führen auf seinem Weg. Er will, dass wir von ihm geleitet durch unser Leben gehen und einander stärken und einander ermutigen, dass wir gesammelt werden zu ihm hin. Dafür ist die Offenbarung da, dafür ist die Vision da, dass wir versammelt werden hinter ihm, dass wir mit ihm wandeln, dass wir mit ihm gehen, Schritt für Schritt durch unser Leben. Lass uns mal jetzt ins Neue Testament gehen. Da finden wir in Lukas 4 diese wunderbare Stelle, wo Jesus seinen eigenen Dienst beschreibt. Anhand eines prophetischen Wortes des Propheten Jesaja. In Lukas 4 Vers 17 er ist in der Synagoge in Nazareth, da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an und sagte zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Das war das einzige prophetische Wort, was er da gesprochen hat. Das, was er vorgelesen hat, war Prophetie, die schon gegeben worden war. Und er hat einfach deutlich gemacht, das, was Jesaja verkündet hat, ist hier vor euren Ohren erfüllt. Mehr oder weniger hat er gesagt, der Messias, von dem hier die Rede ist, das bin ich. Und er ist also der, der gesalbt ist, der Geist des Herrn ist auf ihm. Und nur durch den Geist können wir wissen, was aus Gott ist, was in Gott ist, wer Gott ist, was er für Pläne hat, was er für Ziele hat, was diese Welt zu bedeuten hat. Wir verstehen das nur richtig durch den Geist Gottes. Sonst siehst du nur, was vor Augen ist, aber du siehst nicht unter die Oberfläche der Dinge und der Menschen. Aber Jesus konnte das. Jesus konnte sehen, was in den Menschen war. Jesus hatte Vollmacht den Menschen zu dienen, den Menschen, die blind waren, die Augen zu öffnen. Und er sagt dann in Johannes 14, Vers 26, zum Ende seines Dienstes auf Erden, sagt er, Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns alles lehrt. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns an alles erinnert, was Jesus gesagt hat. Und vorher sagt er, spricht er davon, dass er den Geist der Wahrheit senden will und dann sagt er im Vers 17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist die Verheißung Jesu an seine Jünger, an diejenigen, die an ihn glauben, die ihm nachfolgen. Der Heilige Geist ist nicht etwas, was unbekannt für euch ist, sondern er ist bei euch, wo war er bei ihnen in dieser Situation, weil er in und auf Jesus war. Es ist der Geist Jesu. Er wird, er ist bei euch und er wird in euch sein. Das ist die Verheißung dessen, dass der Heilige Geist in uns kommt, durch den Glauben an ihn. Er ist nicht unbekannt, der Heilige Geist ist nicht unbekannt für dich. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann kennst du den Heiligen Geist. Dann hast du eine Beziehung zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Jesus, der in dir lebt. Und er lehrt dich und leitet dich. Und hier in Kapitel 16 steht, Kapitel 16 Vers 7, ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen, wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Heilige Geist hat eine Botschaft an die Welt, an die Menschen und es ist eine Botschaft der Überführung von Sünde. Es ist nicht das Verschweigen von Sünde. Es ist nicht etwas, dass Sünde unter den Teppich gekehrt wird. Friede, Friede. Nein, der Heilige Geist spricht über die Sünde und deckt die Sünde auf und überführt. Warum macht Gott das? Weil Gott uns liebt und uns nicht in unser Verderben rennen lassen will, sondern er spricht mit uns wie mit seinen Kindern und er möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Das tut Gott aber durch ein klares Wort des Heiligen Geistes. Noch vieles habe ich euch zu sagen, sagt Jesus, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem meinen wird verherrlicht durch das Wort des Heiligen Geistes, durch die Offenbarung des Heiligen Geistes, durch die Vision wird Jesus verherrlicht. Kommendes wird verkündet. Das Wort Gottes wird in Wahrheit weitergegeben. Menschen werden zur Buße aufgerufen. Das ist Vision, wie Gott es haben möchte für sein Volk. Und ich möchte jetzt abschließen mit ein paar Worten von Vision für das zukünftige, was Jesus uns gegeben hat. In Lukas 21. Wir leben in einer heftigen Zeit. Und es ist so viel Orientierungslosigkeit, so viel Hoffnungslosigkeit, so viel Wut, so viel Zorn, so viel Entmutigung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Angesichts dessen, was so passiert. Aber Jesus hat Licht für uns und der Heilige Geist hat Licht für uns und ein prophetisches Wort, eine Vision, damit wir wissen, wie wir leben sollen und können in dieser Zeit. Und in Lukas 21, Vers 5 steht, als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er, diese Dinge, denen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird. Ich will das jetzt ganz direkt übertragen. Geschwister, wir leben in einem super reichen Land. Uns geht es super gut. Wir haben eines der besten Gesundheitssysteme dieser Welt, eines der besten Sozialsysteme dieser Welt. Wir sind versichert, wir sind abgesichert, wir haben Häuser, wir haben Wohnungen, wir noch und nöcher, wir schmeißen täglich so viel Essen weg, wir haben alles. Wisst ihr, was Jesus dazu sagt? Das wird alles kaputt gehen. Was denkst du dabei? Denkst du, nein, ich will das alles behalten. ich will meinen Wohlstand behalten. Ich will den Frieden behalten. Uns geht es doch allen so, oder? In unserem Fleisch geht es uns so gut und wir wollen das auch nicht hergeben. Aber Jesus sagt, da wird nicht ein Stein auf dem anderen stehen bleiben. Jesus ist ganz nüchtern. Er sagt, Deutschland, tut mir leid, das geht den Bach runter. Wieso? Die Prognosen sind doch alle gut. Die Wirtschaftsweisen sagen doch für nächstes Jahr ein Wirtschaftswachstum voraus. Wir kriegen doch jetzt eine tolle neue Regierung und die bringen doch alles jetzt so richtig in Fahrt und so. Friede, Friede und ist doch kein Friede. Gott lässt uns eine vierte Welle erleben und wir sind immer noch hochmütig. Wir sind immer noch nicht bereit Gott zu suchen. Die hatten jetzt eine Radiosendung aus Anlass, also die haben da immer so Diskussionsrunden auf NDR Info oder so und dann hatten sie Thema Anlass war dann ja der hunderttausendste Corona-Tod in Deutschland und ja ganz viel Betroffenheit und ja man kann ja ganz viel auch daraus lernen und so und ich glaube in der ganzen Diskussion also den Ausschnitt den ich gehört habe ich konnte mir das dann irgendwann nicht mehr anhören weil ja und das lässt uns nachdenken und wir werden uns wird bewusst dass die Natur ja stärker ist als wir und ja und wir müssen und ja okay gut alles gut Demut ist angebracht aber solche Gottlosigkeit kein Licht keine Offenbarung Gott kommt nicht vor sie fragen ihn aber und sagten Lehrer wann wird denn dies sein und was ist das Zeichen wann dies geschehen soll sie haben ihn auch über das Ende der Zeiten gefragt er aber sprach seht zu dass ihr nicht verführt werdet denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen ich bin's und die Zeit ist nahe gekommen geht ihnen nicht nach deswegen ist es wichtig dass wir uns immer wieder damit befassen mit diesem Thema falsche Prophetie Jesus hat es vorausgesagt wir müssen uns darum kümmern dass wir gut genährt in seinem Wort gut genährt sind dass wir unseren Gott gut kennen dass wir auch eine intensive innige Beziehung mit dem Heiligen Geist pflegen dass wir Gott kennen damit wir prüfen können wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet so erschreckt nicht denn dies muss vorher geschehen aber das Ende ist nicht zugleich da guck mal Jesus spricht von Kriegen und Empörungen wenn ihr davon hört was machen wir normalerweise wir erschrecken uns und was sagt Gott durch Jesus seinen Sohn erschreckt nicht habt keine Angst ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn wenn du Nachrichten schaust du musst Nachrichten immer auch mit dem Wort Gottes schauen weil in den Nachrichten da sind keine wahren Propheten ja das sind Berichterstatter okay aber wie wird der Bericht das was geschieht ausgelegt und es wird es im Fernsehen es wird immer wieder ausgelegt es werden Lehren daraus gezogen für jetzt und für später sind es die richtigen Lehren sind es die richtigen Schlussfolgerungen das kannst du nur mit deinem Wort du brauchst Licht von Gott darüber wie du das verstehen musst was da passiert du musst mit Gott ins Gespräch gehen über die Nachrichten über das was in deinem Umfeld geschieht was in dieser Welt geschieht dann sprach er zu ihnen es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben ich habe irgendwie gestern noch mal so ein paar Videos angeguckt was ich eigentlich früher nie gemacht habe und echt eine ganze Zeit lang gar nicht gemacht habe und gestern war ich aber noch mal auf der Suche diese großen Zeichen am Himmel wer kann sich noch an den Meteoriten erinnern der 2013 auf Russland niedergegangen ist gibt es tolle Videos zu weil die Russen damals schon ganz viel so Kameras ins Auto sich reingepackt haben um bei Unfällen dann irgendwelche Beweisvideos zu haben und da gibt es ganz viele Videos von diesen Meteoriten der da runtergekommen ist der war 20 Meter lang gleichzeitig ging durch die ganzen Nachrichten durch dass ein Meteorit von 40 Metern Größe an der Erde in 28.000 Kilometern vorbeifliegt von dem wussten sie das da hatten sie das schon alles berechnet diesen anderen der da dann auf die Erde runtergekracht ist den haben sie gar nicht gesehen der war zwar auch nur halb so klein aber der hatte der ist niedergekommen und ist dann 30 Kilometer über der Erde explodiert und die Sprengkraft dieses dieses Meteoriten war so groß wie 40 mal so groß wie die Atombombe von Hiroshima der hat jetzt nicht die entsprechende Uranstrahlung dann freigesetzt aber die Detonation war so heftig dass die ganz viele Glasscheiben zersprungen sind 1500 Menschen wurden verletzt zumeist durch umherfliegende Glassplitter und die 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 Helligkeit dieses Meteoriten war also ich glaube hundertfach so stark wie die Sonne in diesem Moment wo der da verglüht ist da und explodiert ist und es gibt in diesem Raum um zwischen zwischen Mars und Jupiter gibt es so einen riesen Asteroidengürtel mit wahrscheinlich Millionen von so kleineren Himmelskörpern die da teilweise auch dann immer mal wieder gegeneinander stoßen und dadurch ihre Bahn verlieren und dann irgendwie in das Sonnensystem also in der Umlaufbahn um die Sonne geschleudert werden und dadurch können die jederzeit irgendwie auch Kurs auf die Erde nehmen was denkst du dabei Meteoriteneinschlag Hannover wird ja eh nicht passieren in den nächsten tausend Jahren oder so aber es gibt ehrlich es gibt bei der NASA haben sie ein Programm wo sie irgendwie Meteoritenabwehr Asteroidenabwehr entwickeln was können wir machen ja sie sind jetzt dabei okay wir brauchen fünf Jahre Vorlauf oder irgendwie zwei Monate zumindest um irgendwie mit einer Atombombe so ein Ding vorher abzuschießen oder irgendwie sowas crazy oder aber es ist Realität Zeichen am Himmel Hungersnöte Seuchen ich brauche euch nichts zu erzählen Jesus spricht von all diesen Dingen ich muss Schluss machen und zwar springen wir zu Vers 24 ne 25 und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sterne und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge die über den Erdkreis kommen denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden Geschwister das ist bei den Menschen vorhanden das ist in mir vorhanden wenn ich mich damit befasse dann wird mir Angst und Bange und wisst ihr was unsere Strategie ist Entertainment Wegschieben das ist unsere Strategie befass dich nicht damit dann bleibst du entspannt was macht Jesus aber er redet davon er sagt es uns einfach so ins Gesicht und er sagt und offenbart das ist das was die Menschen dann umtreiben wird Angst und was steckt da letztendlich hinter Todesangst das ist die Todes die alte Todesangst was sagt er aber seinen Jüngern erstmal sagt er dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit er spricht von seiner Wiederkunft Geschwister hat all das passiert all diese erschreckenden Dinge geschehen aber sie sind verbunden mit etwas was wunderbar und herrlich ist Jesus kommt wieder und heute ist der erste Advent wisst ihr was Advent heißt Ankunft und wir glauben nicht an einen toten Gott wir glauben nicht an ein kleines süßes Baby was irgendwann mal geboren wurde und immer Baby geblieben ist und immer seitdem jedes Jahr in der Krippe liegt und wenn dann Weihnachten vorbei ist stecken wir es dann irgendwie in den Keller oder in den Schrank irgendwo und dann holen wir es uns dann wieder raus nein das ist der Sohn Gottes das ist der Christus der uns Gott offenbar gemacht hat der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und der ins Grab gelegt wurde und am dritten Tage auferstanden ist von den Toten der jetzt zur rechten Gottes sitzt und kommen wird zu richten die Lebenden und die Toten er kommt und deswegen sagt er hier in Vers 28 wenn diese Dinge anfangen zu geschehen so blickt auf und hebt eure Häupter empor weil eure Erlösung naht das ist das was wir haben was wir in dieser Zeit haben anders als alle Menschen da draußen ja wir gehen mit wir sind auch im Stress ja wir haben auch Probleme mit den ganzen Corona Maßnahmen ja wir haben uns ist auch Angst und Bange in Bezug auf was weiß ich Klimawandel Klimaveränderungen und all das was das mit sich bringt Völkerwanderungen Kriege und was weiß ich was da alles auf uns zukommt Wassermangel und all diese schlimmen Dinge aber wisst ihr wir haben durch den Geist Gottes eine Hoffnung eine Sicht eine Vision von der Zukunft wir wissen das ist nicht das Ende der Tod ist nicht das Ende das Leben in Jesus Christus ist Sieger und wir werden mit ihm auferstehen und wir werden erlöst sein wir werden uns freuen mit ihm und in ihm mit der ganzen Schöpfung wenn diese Schöpfung erneuert wird und gereinigt ist von aller Sünde wenn der Zorn Gottes ausgegossen ist über die Sünde und alles hinweggenommen ist aber er sagt uns auch eine Warnung gibt er uns auch mit in Vers 34 Hütet euch aber dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick denn er wird über alle kommen die auf dem ganzen Erdbogen ansässig sind wacht nun und betet zu aller Zeit dass ihr imstande seid diesem allem was geschehen soll zu entfliehen um vor dem Sohn des Menschen zu stehen Jesus wir wir danken dir dass du gekommen bist um uns Licht zu geben um uns Vision zu geben Offenbarung dass wir ja dich kennen dürfen deine Liebe zu uns ja dass du für uns gestorben bist und unsere Sünde damit getilgt hast dass wir deine geliebten Kinder sind angenommen bei dir und ewiges Leben haben dass uns eine wunderbare Zukunft bevorsteht dass wir Hoffnung haben Herr danke aber auch dass du ganz klar und deutlich bist mit dem was auf dieser Erde passiert und was passieren wird dass wir uns da nichts vormachen und wir müssen da auch mit hindurch aber danke dass du uns vor dem Ende vor dem Ausgießen des Zornes bewahren wirst in der Entrückung danke Herr dass wir bis es zu dem Tag kommt nicht alleine sind sondern dass dein Geist in uns lebt und dein Geist mit uns ist ein Geist der Kraft ein Geist der Liebe und der Besonnenheit danke dass du uns durchtragen willst und hilfst du uns dass wir nicht uns an die falschen Dinge hängen unser Herz an die materiellen Dinge unser Herz an ja auch an ein bequemes angenehmes Leben jetzt und hier sondern dass wir unser Herz wirklich an dich hängen an dein Reich und dass wir dadurch frei werden und froh werden mitten in dieser Zeit des Leidens der Schwierigkeiten der Probleme der Nöte ja dass wir getrost sind weil du unser Schild bist und unser sehr großer Lohn Amen Amen